und ich muss mal wieder zu einer neuen Folge von Landwirtschaft Simulator 16 und ja starten wir jetzt mal so ähm ja mal in der letzten Folge bin ich jetzt mal ein bisschen abgekackt ja da haben wir ein bisschen abgekackt das hab ich noch 6.000 weil ich mir das schon gekauft hab ach ja weil ich mir ähm das habe ich ähm in der Freizeit gemacht so da habe ich mir wie hier schon sieht ja so ein Hammer so so ein Hammer Teil gekauft das ist der größte Sämaschine hier den sie jetzt auf der Landwirtschaft Simulator 15 haben so automatische äh äh ich frage mich noch warte ey dafür ist das Ding auch ein bisschen psychisch so so jetzt starten wir nochmal so ja jetzt wird es gestartet ja ein kleines Fleckchen ist dann nicht äh gefarmt dann habe ich jetzt hier noch ein Korb gekauft ich glaube den 2 3 3 größten äh den sie bis jetzt haben und wir haben einen Auftrag ähm Kleid noch Schleid noch Schleid noch Schleid wenn alles in Burda läuft Burda wie das immer klingt wir müssen ungefähr ein Traktor äh also nicht in Bereitschaft haben so ja jetzt starten wir erstmal die Mission ich habe den Hänger voll gekauft ja 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 schön ich freue mich da drauf ja das ist die erste Folge dass wir jetzt äh zusammen eine Mission machen und ja die Videos kommen jetzt regelmäßig auch nach der äh nach den Sommerferien kommen das regelmäßig halb 10 oder um 10 ist vielleicht auch ein bisschen früher also halb 10 oder um 10 sind die Videos dann oben immer zwei Videos jeden Tag zwei Videos kommen von Landwirtschaftssimulator vom GTA kommt immer nur eine Folge aber das habe ich euch ja schon erzählt ähm das kommt erst wenn ähm wenn ich jetzt mit ein bisschen mit den ähm in der Woche nach den Sommerferien in der eine Woche oder so oder ein bisschen früher direkt geritzt habe äh danach kommt wieder GTA und Landwirtschaftssimulator ähm ja jetzt fahren wir erstmal schön zur Mission um den 5 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 Bild ist fertig ja es kommt ja bald Landwirtschafts-Simulator 17 auf der Xbox raus und auf die Konsolen, also jedenfalls auf die Konsolen kommt raus ich habe schon mal in der Videobeschreibung in der Videobeschreibung Nesse die wollen ja immer sehen wie das Spiel läuft da habe ich schon mal vorgefragt ob die das auch mal für Handy machen könnten Landwirtschafts-Simulator 17 ähm, dann könntest du nämlich auf der Xbox vielleicht Landwirtschafts-Simulator 15 ist das doch, also echt? 15, genau Landwirtschafts-Simulator 15 und es packt irgendwie sehr stark ähm 15 zocken und auf dem Handy dann Landwirtschafts-Simulator 17 ähm wäre eigentlich vor meinem Wissen ja sehr gut aufgebaut, geteilt wäre das wir können ja mal nicht im Dachraum was geteilt ist oder ob das ein bisschen blöder ist ob ihr es lieber auf der Xbox sehen wollt und ja ich fahre mal ungefähr 20.000 kriegt man nur noch manchmal manchmal man kriegt das nicht immer nur manchmal kriegt man die 20.000 zusammen ja so ja in der letzten Folge war es ja da war es ja ein bisschen kurios da war die zweite Folge als erste Folge und die erste Folge als die zweite Folge gemacht das habe ich euch ja auch schon in der zweite Folge erzählt wieso ähm und jetzt muss ich schnell mal hier rüber rechseln ah ja automatischer Ding, so jetzt fahre ich mal weiter wo habe ich den rausgenommen? hier ne ähm ja hoffentlich gefällt es euch natürlich das ist ja mein mein äh Sinn des Saches was ich hier mache aber wenn YouTube mich auch äh anfragen wollte ey sie haben sie sind gut angekommen bei den Videos als ich glaube aber ich hoffen wird hoffen hoffen geht um zu studieren und jetzt starten wir den nochmal um die andere Sachen so automatische Dings da ist auch die so eine Strisch weg so ähm ja also äh wenn YouTube mich anfragen würde äh hier ja möchten sie gerne Geld verdienen würde ich nein sagen ähm das ist einfach zu erklären ähm weil ich das nur als Hobby machen möchte ich möchte kein Geld dazu verdienen vielleicht weiß ich wenn es erwagt äh weil vielleicht weiß ich es mal um Endermensch erlochen will äh man kann es jetzt noch nicht heraus äh vorher aussehen aber wollt ihr mich jetzt verarschen warte mal warum ist Leute wieso ist das grau wieso ist das grau so Leute verdorben ne oder ne oder das sind aber alles noch grün das ist das ist das ist das ist das ist für mich andere wird fertig Dann kann ich ihn noch überwechseln. So. Der ist jetzt auch noch fertig. Ja. So, da kann ich den schon mal anstellen. Wo ausfragen schon ungefähr mal ist. Wie groß ist, wie ich anfahre. Ungefähr auch alles weggemacht hat. So. Kann ich wieder einfahren. So. Jetzt füllen wir auf eigentlich alle zwei Maschinen. Die Sähmaschine, die eine. Die andere, die hier. Die kann ich jetzt wieder wegfahren. Das knapp wird knapp. Eieieiei. Ja, mecker, mecker, mecker. So. Wow. Ja, ich hab davon ausgeleert. Ich hab noch nie geschafft. 100%. Das gebe ich zu. Das will ich aber jetzt mal schaffen. Mit euch dabei. So klar. Ich hab jetzt einen Hänger verkauft. Ich fand das ein bisschen sinnlos, weil in den Einhänger der da drüben stande, waren nur 7 oder 12 Prozent. Hätt ich ja Jahre gedauert, bis das, ähm, äh, warten müssen. Hätt ich Jahre gewartet, ähm, bis das Ding fertig wär. Ja, schon voll wär. Wär das Teil schon, äh, äh, der Antrag schon mal doppelt zu viel, ähm, voll. Ja, weil es voll gewesen ist, ungefähr fünf oder sechs Mal wäre er schon voll gewesen. Also, da hab ich dafür mich entschieden, äh, zu den Gruber haben. Nein, den Gruber. Nein, den Gruber. Nein, den Gruber. Ja, hier bist du klein. Ja, hier, 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 hier. Ja. Ähm, da gibt's nochmal den ganz großen, der blaue. 105.000 kostet der. Aber, wie ihr schon sieht, er ist langsam. Der Traktor, der ist nicht eigentlich für dieses Ding gemacht. Also, ich müssen eigentlich mal einen anderen Traktor kaufen noch dazu. Traktor wollen ankommen. Nö, das muss ich mir noch verknüpfen. Wer denn, äh, ziehen könnte. So. Aber eigentlich, what the fuck, ist das grau? Eigentlich ist das für mich mal so grau. Ich bin verdoben. Ich bin jetzt gerade bis durch München. Ich stelle ich mal hier hin. So, trakt. Äh, LKW. Nein, LKW. So, vorfahren. Okay. Äh, nicht abkoppelt. Beklärtkopp! Mhh. Ja. Oh fuck. Ja, also wenn ihr es nicht schreien hört. Das ist mein Win, es gab Stress zuhause. Ich baue Raps an, weil es mir eine Menge Kohle gibt. Eine Menge Money. So, jetzt fahren wir es mal hin. Ruck rüber, 9% Satrum. Jedenfalls, eigentlich mal nur 12 Fritzeln drin. Eigentlich... What the fuck? Läuft bei dir. Ich fahr mal vor. So, steh klein. Der hat sich erstmal aus. Das kannst du aber da fahren. So. Oh Mann, sind wir schon bei 11 Minuten. Die Zeit geht schneller vorbei als man denkt. Scheiße. Scheiße ist das. So. So. Bitte. Bitte gibts kein Stress. Bitte kannst du jetzt schon. Ja, das gibt Stress. So. Ich kann den Kopf mal wieder fahren. So. Und das ist so. Graut. Das ist also das. So. Kannst du das mal automatisch wieder weiterfahren. So. Und das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. So. ein bisschen schade. So. Ich zieh mal den Kopf selber hier. Das Laura muss man da ziehen. Ich kann schon das erziehen. Ähm. So. Hochnehmen. Ähm. Ja. Oh. Es ist gleich vorbei. Es ist gleich vorbei, Leute. Du Vater. Bisschen schade, ja. Ja. So. Stehen bleiben. Ja, dann sag ich eigentlich mal bis zum nächsten Mal. Hoffentlich euch dieses Video gefallen. Und sag mal bis zum nächsten Mal. Hoffentlich euch dieses Video gefallen. Wiederholen. Und dann sag mal tschau.